Dankeschön Jetzt! Jetzt schaff ich's aber du nicht, oder wie? Doch jetzt, okay Oh, da war sogar noch eine! Hab ich nicht gesehen, das war ein Zufall Ey, ich wollte auch gerade Hier kann ich nicht weiter, das heißt So, und dann so Wow, okay, okay, gut, das hab ich vergessen, dass das auch geht Hier oben gibt's einiges Shit, und ich komme grad nicht wieder hoch Sojabohne, lass mich mal wieder hier hoch Hab keine Ahnung, wie das gehen soll Ich glaub, das geht dann nur mit der Holzkiste Äh, mit irgendeiner Holzkiste halt Ne, ich hab's geschafft, okay Egal, da gibt's nichts mehr Alte! Oh, die Steuerung ist manchmal ein bisschen gegen mich, hab ich das Gefühl Schade, da komm ich so nicht hoch So aber, okay Was, hast du das da oben alles? Ja Was es auch immer da gab? Okay Ja Woah, shit, the fuck Das ist nicht freundlich gesandt Ich hab's gemerkt Ich bin nämlich schon tot, aber Ja Ja Scheiße Achso, ähm Oh Wow Bäh, okay, ich bin drüben Ach du Scheiße, ach du Scheiße Das klingt so, als ob du gleich stirbst Ja, ich bin hier mitten im Kampf Getümmel Errungenschaft freigeschaltet Hammerchaos Okay Checkpoint So, wie kommen wir jetzt an die Viola ran? Ne, da, Kiste Achso, oder so, ja Lass halt jetzt... Okay Was können wir uns denn davon noch... Entweder Bewegungsunsichtbarkeit oder Monster schweben lassen Monster schweben lassen, setzt sich doch lustig an Okay, machen wir das Upgrade kaufen Wir können jetzt auch mit dem Zauberer auch Monster schweben lassen Ja So Ähm Ist da oben noch mehr? Darum ist ein Hebel, aber der macht glaube ich nix Aber jedenfalls kann ich hier nicht betätigen Ähm, aber ich kann mich mit Soja daran nicht festhalten, obwohl das aus Holz ist Okay Ich verstehe das, wer will Das macht der Hebel Ah ja Irgendwie konnte ich den nicht betätigen Okay, warte Du musst doch drei Tasten gleichzeitig drücken, das ist ein bisschen... Tricky Äh... Gibt's da was? Uah, der... Ja, hier geht's gleich weiter Da will ich gar nicht weiter Moment Also hier gibt's ganz, 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 ganz viel Aber ich weiß nicht, ob das Secret ist oder geht's hier weiter? Ich halte erstmal hier noch den Hebel gedrückt Genau, mach das Warte mal Ne, ähm Das ist ganz einfach gedacht Und zwar Hä? Pass auf... Ach so, du siehst es gerade nicht, was ich mache Ne, warte, ich komm Ach Genau so Ach warte, dann muss ich erstmal schnell... Bin ich dumm? So, und dann muss einer den... Oh, Taste Reagier mal bitte so wie ich das will Okay Na die Pose, die sie macht, also das... Sieht sehr schmerzhaft aus Oh, Doofnuss Bäh Bäh Okay, also... Dann... Moment, lass ihn nochmal runter Autsch Moment Jetzt kannst du... Ja, ich bin dabei Ja, super, ich flieg wieder runter Obwohl, das macht auch keinen Unterschied Als ob ich es jetzt mit dem Endtag mache Komm, mach einfach, ist doch scheißegal So, und... Ich bin oben Wie du jetzt herkommst, ist mir aber ein Rätsel Warte, warte, warte Ich komm gleich... Ich muss... Ja Was? Riesen-Erdbeeren? Das Wasser, das fertig bringt Sind die Schnecken und Frösche hier in der Gegend deshalb so groß? Ähm, hier ist auf jeden Fall eine Fiore, an die ich nicht rankomme Hallo Das sieht bestimmt voll toll aus Ja, also so geht's nicht Können wir den Hebel nicht betätigt lassen? Geht das nicht irgendwie... Ja, nur wenn einer da die ganze Zeit steht, denke ich mal Oder warte mal Vielleicht eine Kiste dagegen schweben lassen noch dann? Ich versuch's mal gerade Ähm... Ach, du meinst eine Kiste... Mach eine größere Kiste, weil das ist eine kleine Kiste Ja? Ja Äh, okay Ja, geh mal weg, dann Genau Scheint aber auch nicht zu bringen... Haben wir keine Holzkiste oder sowas? Warte mal, ich geh mal kurz gucken, ob ich irgendwo eine Holzkiste finde Ja, okay Hm Also hier schon mal nicht Ja, das war auch ganz toll Skill, was ich gerade gemacht hab So Hier scheint's nichts zu geben Oder da rechts hoch Oh, hier ist ja auch noch... Oh Gott Was denn? Hier ist noch eine Schatztruhe Hä? Oh, shit Ach du Scheiße Moment, Moment Loll, ich bin... Ach ne doch nicht, ich dachte ich bin eingeklimmt Ah, hier unten kann man was hochschwimmen lassen Ha, siehst du mal Schon mal schön da an die Seite Ah, schade Ah, verstehe, okay Warte, 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 lass... Häng dich mal, äh, an dem Ding da dran An dem da rum Genau Äh Ah, ja, ich versteh schon Warte Du musst da irgendwie nur hängen bleiben Ah, wie komm ich denn jetzt da wieder rauf? Das ist ja doof Okay, ich hab's Cool Ein Sammlergemilde Das werde ich mir gleich mal angucken Sehr schön Ah Das sieht ja sehr interessant aus Okay Gibt's da rechts noch mehr? Äh, noch eine große Energiefiole Also eine sehr große Aber die hab ich ja aufgesammelt Ach so hast du schon, okay So Ich weiß nicht, wie ich dir jetzt hochhelfen kann Ne, ich muss wahrscheinlich einfach erstmal nur einen Moment warten Ja, du musst einfach da jetzt dann Perfekt So So, und das Ding nehmen wir mit Und versuchen das dagegen schweben zu lassen Weil das Ding scheint schwerer zu sein Schafft er das überhaupt so hoch? Ne, scheint aber auch nichts zu bringen Oder da unter noch die diverse Kisten setzen Hm Also warte mal, ich versuche mal Äh, Moment, ne, hat sich glaub ich... Ne, doch nicht Was? Scheiße Mh Au Warte mal Die... Hm? Ah, jetzt ist... Jetzt ist... Okay Warte mal, mach mal Mach mal Nichts Äh, ich versuche grad... Ne, das muss eine größere Kiste sein Und das geht das nicht Gib mal die... Ja, gib mal den großen Stein her Oder... Oder versuch... Warte, ich lass die... Dings... Vielleicht geht das so Ich mach mal den Hebel kurz Und dann versuche ich ihn dazu schon einzuklemmen irgendwie Ne, also er hält hier oben nicht Mh, mh Ah, okay, dann bringt's so nichts Au Nein Versuchen die hoch schweben zu lassen und dann die oben rauf, aber ne, das bringt auch nichts Schade Naja, aber so wie's jetzt ist, äh, meinst du das klappt? Weiß ich nicht Mh Mit der Dieben vielleicht? Mit der Sojabohne Ja, mit... Da... Jupp Loll Loll Halt mal, da oben... Da oben ist noch ein riesen Energieball Ähm... Ja, gut, dann werde ich versuchen ranzukommen Moment... Was war das? So... Wo bist denn du? Ich bin... Ach, du bist da oben schon? So... Wo bin ich denn eigentlich? Ach, da bin ich... Ah, okay... Okay... Ich hab's... Aber jetzt ist die eine Kiste weg... Das heißt, ich muss neu machen und dann... Das wieder dazwischen einklemmen... Das lustige ist, ich seh' da gerade von nichts... Ja... Das ist... Okay... Ah... Ah... Kotz wirk... Echt... Das ist... Das ist richtig bescheuert irgendwie... So... So... Ich steh' jetzt hier oben drauf... Aber kann ich dir bestimmt nicht irgendwie helfen, wa? Ich glaube nicht... Ja... Soja... Komm... Nee... Ich komm' irgendwie nicht mehr hoch... Ich glaub' du musst das Let's Play ohne mich fortführen... Weil ich nicht nach oben komme... Oder du lässt dich sterben... Irgendwie... Und ich such' nach... Ähm... Keine Ahnung... Ich muss mich hier irgendwie... Ja... Du musst dich wieder mit Wasser agieren... Warte mal... Ich guck' mal... Ob hier irgendwo sowas in der... In der Art ist... Ja... Hier ist ein Checkpoint... Ah... Du bist du schon... Danke... Oh mein Gott... Okay... Flop... Hier müssen wir wieder mit Wasser spielen... Flop... Mit Weicher spielen... So... Wie... Ja... So... Da rechts drauf stehen... Irgendwie... So... Jetzt... Du stehst auf der falschen Seite von dem Ding... Oh... Alter... Irgendwie... Gebt meine Tastatur manchmal nicht so wie sie soll... Kannst du mal kurz den Zauberer in der Kiste erschaffen lassen... Und ungefähr... Gleich... Vielleicht ist das auch gar nicht mehr nötig... Ja... Sieht so aus... Wow... Ist nicht mehr nötig... Keine Ahnung... Ähm... Hupfblätter... Man kann lustig rumbouncen... Miao... Boing... 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 Das macht Spaß... Hauptsache du freust dich dann darüber... Ja... Hauptsache du freust dich dann darüber... Kommt doch eine Art Spaß... Oh man... So sieht's aus... Wenigstens einer ist hier glücklich, ne... Ja... Okay... Ähm... Ich glaub ich hab alle Violen... Wuh... Geil... So... Ok dann wollen wir mal weiter gucken... WHAT THE FUCK... Scheiße... Ich bin tot... Ähm... Ja das seh ich... Mmm... Oh schön... hier links kann ich jetzt nicht mehr so wie jetzt ich bin drüben aber ich weiß jetzt unten noch was gibt deswegen gehe ich lieber noch mal zurück so an den fischern kommt man natürlich nicht vorbei da drüben ist ja groß und da kommt man nicht vorbei aber da ist noch eine fiole okay ich habe sie cool gut das ist dann nicht mal so schwer dieser abschnitt ja sage ich und sterbe fast mal wieder guck mal man kann diese was zum saltos machen lassen ja das freut mich oder du bist schon tot und ich auch gleich so eine scheiße okay das war's es waren einfach zu viele gerade wo war der letzte checkpoint schön das macht doch freude sehr viel okay okay ach so du hast ihn da schon erledigt ja alle weg ja super level aufstieg können wir nur noch bewegungs unsichtbarkeit machen machen wir dann alles von den ersten sachen ja aber da gibt es ja noch mehr in dem baum ach so aber dafür braucht man immer mehr was gut wir sind unsichtbar was bringt uns das dann sehen uns dann gegner nicht oder wie ich weiß es nicht ich habe das auch noch nie gespielt links oben ist noch ein energieball links oben ja okay moment hallo kannst du mal bitte jetzt okay halt das einfach da irgendwie ich versuch's ja ich hab's das hast du mich gerade abgelenkt aber okay dann macht es nichts ja ja ich bin wieder und super ich bin ein pro der extra klasse oder so aber was denn vielleicht hilft das ja ich bin drüben ja ich nicht doch jetzt aber da ist ein checkpoint wichtig wichtig jetzt habe ich gewusstet tut mir leid ja schäm dich in der hölle so zu schmoren kannst du da drauf und wieder zurück oder so ja geht auch so ja geht auch wir müssen hier unten wieder wasser und so hey hier gibt es ein geheimraum ich habe irgendwas gefunden irgendwas geheimnis tolles ja moment ich gucke es mir gleich an ich bin